Das führt uns zu political correctness insgesamt und manchmal sind es kurze Szenen aus Filmen oder Serien, die wir im ORF gelegentlich bringen und da werden so manche politischen Zustände und Umstände besser auf den Punkt gebracht, als das in der politischen Berichterstattung manchmal möglich ist. Und daher bringen wir wie letztes Mal kurze Ausschnitte aus Produktionen. Jetzt sehen wir Josef Hader, wie er sich im Gespräch mit Pia Hirzegger im Film Aufschneider, da spielen die beide Ärzte, im Dickicht der politisch korrekten Sprache verheddert. Das ist super, Sie singen im Konzerthaus mit den Symphonikern im Wiener Singenverein. Singerakademie. Ja, wurscht, jedenfalls singen Sie professionell Beethoven. Ja. Professionell bin ich Pathologin, und zwar Gute. Aber da waren Sie noch nie so begeistert. Wenn das Frauerl im Chor singt... Sie sind kein Frauerl für mich, Sie sind ein vollwertiger Arzt. Keine Frau, sondern vollwertig. Sie vertrauen mir alles im Mund, ich hab gesagt vollwertiger Arzt. Ärztin. Nein, Sie sind ein Arzt für mich, Ärztinnen sind deppert. Das war ein Kompliment. Frau Philippe, übertreiben wir es manchmal mit der Political Correctness? Ich glaube, dass es schon Situationen gibt, und ich finde der österreichische Film und das Kabarett schafft es immer wieder ganz gut, Dinge auf den Punkt zu bringen. Das ist auch dem Kabarett gestattet, und es ist gut, wenn man sich über sich selber lachen kann. Ich glaube, dass es manchmal schon Dinge kompliziert macht, wenn man vor lauter Rücksichtnahme auf politische Korrektnis sich nicht mehr so richtig ausdrücken traut. Aber auf der anderen Seite, wenn es jetzt gerade um die Frage der geschlechtergerechten Sprache geht, dann geht es einfach auch darum, dass man Frauen im öffentlichen Raum sichtbar machen muss. Das verändert was, wenn Frauen auch genannt werden und nicht immer mit gemeint sind. Und das merken wir auch ganz gut, wenn man es mal umdreht und wenn man dann nur die weibliche Form verwendet, dann sind Männer oft so, wo bin ich jetzt? Wir haben zum Beispiel in Tirol das Jugendhilfegesetz in rein weiblicher Form verfasst. Das hat schon für einige Diskussion und Irritation gesorgt. Also nicht mit Binnen-I, sondern mit kleinem I. Genau, da haben wir das einfach umgedreht und haben in der Präambel hineingeschrieben und alle Männer sind mit gemeint. So wie es sonst immer umgekehrt ist, die weibliche Form ist mit gemeint. Das stoßt einen Nachdenkprozess an und das ist dringend notwendig. Weil ich kann Ihnen sagen, als noch ein bisschen jüngere Frau in der politischen Welt, gerade auch in einem ursprünglich relativ konservativen Land, hat man es nicht immer ganz einfach, wenn man mitentscheiden, wenn man mitgestalten will, weil halt die alten Systeme teilweise noch sehr stark wirken. Es geht natürlich nicht immer um Gendern der Sprache, es geht auch vielfach um andere Begrifflichkeiten, wo die Grünen so auch ein bisschen manchmal als illiberale Wächter der Begrifflichkeit gelten. Führt das dann dazu, dass man, wie Sie das ja jetzt schon angeschnitten haben, über manche Probleme nicht mehr spricht, weil man sich nicht ausdrücken kann, dass man Dinge nicht beim Namen nennen kann, weil einem manchmal eben die Begriffe dafür fehlen, man es nicht weiß, man sich manchmal nicht traut, weil man vielleicht dann als fremdenfeindlich gilt oder so, das kommt dann rein. Und dann nicht auftritt gegen etwas, das tatsächlich aber unseren Werten widerspricht und zu kritisieren wäre. Ich glaube, es ist bei jeder Aussage, bei jedem Wort ganz wesentlich, wie die Haltung dahinter ist. Ob man es abwertend meint oder ob man es ohne Wertung so ausspricht, weil man es vielleicht nicht anders benennen kann. Und ich glaube, da braucht es einfach auch eine neue Achtsamkeit. Und wenn ich vorhin schon das Thema Digitalisierung angesprochen habe, Entschuldigung, dass ich das nochmal thematisiere, aber ich finde, es ist ganz wichtig, dass gerade auch mit den neuen Medien sehr oft verloren geht, was ist denn wirklich gemeint. Hinter dem Computer heraus geht oft die Empathie, das Mitgefühl, das Verständnis füreinander verloren. Und da braucht es Achtsamkeit und Rücksichtnahme. Und gerade diese Haltung, wie hat der oder diejenige das jetzt gemeint, das kann ich zwischen den Zeilen oft nicht erkennen. Naja, bei Josef Hader beispielsweise, den wir da gerade gesehen haben in einer Rolle als Arzt nicht, hätte man erkennen können, der ist jetzt kein Macho. Und trotzdem, es hat nie gepasst, was er gesagt hat. Man kann das nicht alles übertreiben. Ja, und da gelten die Grünen manchmal so als erzieherisch, so pädagogisch. Das geht vielen auf die Nerven. Die Frage ist, soll Politik erzieherisch sein? Auch die Leute sagen, wie sie leben sollen, was sie essen sollen, weniger Fleisch und gesund sein und so. Ist das auch eine Aufgabe von Politik? Ich glaube, aus meiner Perspektive ist Politik Gesellschaftsgestaltung, Gesellschaftsentwicklung. Es geht darum, dass wir miteinander verhandeln, wie wir miteinander umgehen wollen. Und da geht es natürlich auch darum, und ich bin allen Frauen, die vorgekämpft haben und die dafür gesorgt haben, dass ich jetzt als Alleinerzieherin, als geschiedene Frau Karriere machen kann, die mich dabei unterstützt haben, dass es nicht mehr irgendwie außergewöhnlich ist, dass ich eine Politikerin bin. Ich habe am Samstag, wie man angeschaut, den Film, die göttliche Ordnung, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, über die Abstimmung zum Frauenwahlrecht in der Schweiz. Das ist in den 70er Jahren gewesen. Da durften Frauen noch nicht mitentscheiden. Und diese Gesellschaft weiterzuentwickeln, ist das, was auch Aufgabe der Politik ist, die Rahmenbedingungen immer neu zu definieren. Und da muss man auch auf die Sprache achten. Aber wie gesagt, zu viel des Guten, die Dosis macht das Gift. Ich habe das deswegen versucht, ins Treffen zu führen, dieses Kapitel und auch diesen Filmausschnitt, weil manchmal resultiert daraus auch, dass man eine größere Verbundenheit hat zu den Armen in der dritten Welt. Ich weiß gar nicht, ob man dritte Welt, political correct, noch sagen soll. Kann man das? Wissen Sie das? Auch nicht sagen. Ich weiß es nicht, sagen Sie. Es sind die nicht entwickelten Staaten. Also zu denen eine engere Verbindung hat, als zu abgehängten Schichten bei uns, die sich aber sozusagen begrifflich so nicht ausdrücken können und dadurch von den Grünen gar nicht als Wählerpotenzial gesehen werden. Das ist auch so eine immanente Peter-Pilz-Kritik gewesen. Ich glaube, das ist ein überholtes Vorurteil.